hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem channel ihr habt titel schon gelesen ich muss mit euch reden und so wisst ihr ja dass ich regelmäßig ströme also was heißt regelmäßig vor etwas freundet und zwar habe ich mitbekommen dass ihr das nicht mehr so feiert wie am anfang feiert ihr es doch dann hinterlasst in den kommentaren doch mal eine meinung und ja damit ich weiß ob es überhaupt noch feiert vorerst habe ich mir entschieden dass ich vor etwas zu endet einfach mal eine runde pausieren werde also ich habe interesse damit es weitergeht ich möchte auch gern weiter spielen aber ich möchte auch euch nicht langweilen das heißt wenn ihr es einfach nicht mehr sehen wollt wie ich an den zuschauerzahlen eigentlich gesehen habe dann soll es so sein und wir spielen gerne ein anderes modpack es ist schon ein anderes modpack in planung kann ich ja sagen so wie es ist und ich habe auch schon offscreen in diesem modpack gespielt ja also wie gesagt wir müssen unbedingt darüber reden wollt ihr vorher was freundet weiterhin haben oder wollen wir vorher was freundet an acta legen und neu anfangen beziehungsweise nicht nur anfangen ich habe schon darauf gespielt zu dem thema ich denke mal ihr feiert auch ein paar andere mods vor oberstrand gab es auch eine weile schon von anderen youtuber deshalb kann ich es auf eine art auch verstehen wenn ihr sagt hey null bock drauf aber wie gesagt das ist eure entscheidung inwiefern ihr sagt hey eigentlich möchten wir ja doch oder wir wollen es nicht so jetzt liegen wir hier mal ein bisschen rum und dann sehen wir uns zunächst wieder zu einem neuen modpack erst mal wie gesagt noch mal ihr habt die entscheidung ihr könnt mir sagen wollt ihr das modpack weiterhin war was freundet feiert ihr es noch so wie am anfang oder wollt ihr das modpack überhaupt nicht mehr dazu hinterlasst wie gesagt in den kommentaren eure meinung beziehungsweise werde ich wahrscheinlich mal gucken ob ich eine abstimmung machen kann und dann könnten wir darüber diskutieren oder also leute wir sehen uns dann zu einem neuen projekt erst mal bis dann die tschau tschau